So, und nun freue ich mich sehr, dass ich Ihnen den Holger vorstellen kann, den großartigen Samuel Schneider. Applaus Eine ganz große Freude für mich ist, dass er sich freimachen konnte heute, Michael Gewistek. Applaus Einer der wenigen westdeutschen Schauspieler ist auch hier der abschnittsbevollmächtigte Jürgen Vogel. Applaus Ich habe keinen vergessen. Es bleibt noch eine Schauspielerin, vor der ich mich wirklich verneige. Das ist die großartige Udo und Ritter. Applaus Das ist die großartige Udo und Ritter. Das ist die großartige Udo und Ritter. Applaus Das ist die großartige Udo und Ritter. Das ist die großartige Udo und Ritter. Das ist die großartige Udo und Ritter. Vielen Dank.